Und zwar sind wir heute bei dem Goldkehlchen aus Kiel. Sie wollen wissen, was ich mache. Ach, wissen Sie, ich mach mir überwissen keine Platte. Ich trink die halbe Flasche. Das ist der Tino. Der Junge, mit dem ich quasi all meine Musik mache. Der Tino von Tracksetters. Stell dich kurz vor. Ich bin der Tino. Der Tino von Tracksetters. Abi fahrt, bis wir nicht mehr stehen können. Erstmal nach Australien, dann irgendwas mit Medien. Wir haben ja gesagt, wir haben einen Song. Den hab ich auch hier vorbereitet. Das Handy liegt hinter dir. Wollen wir den einfach mal anschließen? Ja, lass hören. Lass hören. Ey, ich war erstmal überrascht von dem Beat. Ja? Geiles Ding. Der ist cool, ne? Da hat der Hauke alles gemischt. Damit springt ihr aus der Telefonzelle, oder was? Aus der Telefonzelle, ne? Ist eigentlich peinlich, ne? Ich würde lachen. Ich fand den Part richtig geil. Also kommt doch lustig rüber. Ich fand den Part lustig, ja. Als wenn wir das ernst meinen würden. Wenn du auf die Bühne gehst, hast du dann Angst vor den Leuten, die dich dann erwarten? Oder weil wir müssen, wenn wir rausspringen, sind ja wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, 0,8 Millionen Zuschauer, die uns dann sehen. Wir können doch nicht erwarten, dass volles Haus ist. Sondern manchmal kommen wir raus und es sind zwei. Hier vorne stehen zwei. Dann da hinten an der Bierbar sind drei. Da sind fünf. Okay. Die muss man immer allererst mal ein bisschen akquirieren. Mit Freibier, ne? Mit Freibier. Aber ansonsten ist es immer freudig aufgeregt. Okay. Also du hast jetzt keine Angst davor. Welcher Song ist am skurrilsten Ort entstanden? Beim Joggen habe ich mal was geschrieben. Ja? Beim Joggen was geschrieben? Beim Joggen was geschrieben. Auf meinem Memo sind immer, glaube ich, 20 Zeichen. Haben wir darüber eben telefoniert? Darüber haben wir. Ja. Das Spiel heißt, nochmal für dich, lieber Benni, das Spiel heißt Leicester liegen. Benannt nach dem NBA-Spieler Leicester liegen. Und es geht so, wenn das Team, das als erstes dran ist, 0 gemacht hat und das andere kann nachziehen und auch nur einen machen und macht aber 0, dann ist es liegen gelassen. Okay. Und dann ruft man, Lässt du liegen. Okay. Okay. Ja. 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 No, das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020